Saints Row 4 St. 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 Row 4 Zusammen mit dem Schicky-Boy Wie nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir ihn hier? Na, dann geht's los. Machen wir. Achso. Wer redet hier gerade? Betritt die Simulation. Ach ja, wir haben jetzt den Virus eingeschleust, ne? Die müssten jetzt alle richtig seltsam aussehen. Wie sieht das hier komisch aus? Oh ja. Cool. Das ist jetzt die Matrix, eindeutig. Oh, jetzt kommt die Lady in Red gleich. Wer ist das denn? Morpheus. Okay. Ja, kann man machen. Oh, was? Irgendwie, oh, scheiße. Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Es geht schon, meine Grafikkarte. Chiki, meine Grafikkarte. Aski, Aski. Ich kann, Aski. Oh, was ist das denn? Das ist natürlich schon cool gemacht, ne? Oh, ich bin da. Oh, oh, nee, ich will hier wieder weg. Wir müssen Aliens töten. Aber ganz schön viele. Wie war das hin? Ich weiß es nicht. Klar. Oh, die drehen alle frei hier gerade. Boah, die Mucke. Ach, da oben. Ja, hier oben ist voll die Party. Ja, ja, ich komme hoch. Hier ist eine Alien-Invasion. Ich glaube, ja. Peace, oh shit. Ich hab euch alle. Love you, guy. Oh. Shit. Zehn Sekunden noch. Oh, ein dicker. Zwei. Eins. Schnell. Wir haben's. Absolut portal. Ja. Fast gestorben. Aber sowas von knapp. Boah. Ich kann erst mal Energie holen. Oh, diese Aski ist... Ja. Das macht mich total kirre. Ja. Da ist wieder der Plattform. Töte die Aliens. Ich bin noch 600 Meter entfernt. Oh, ich bin gleich tot. Ja, deswegen hab ich hier schon Energie gesammelt. Ich sterbe gleich. Ich will hier irgendwie hochkommen, aber... Boah. Oh, ich brauche keine Energie mehr. Komm, geh weg, du Ding da. Jawoll. Und... Oh, Bodenstampfer. Die Rettung letztendlich, ne? Ja, irgendwie schon. Achtung, und... Ich komme! I'll be there for you. Und zack, wieder volle Energie. Das ist schon geil. UFO. Wo ist hier die Action? Keine Ahnung, ich seh nix. Da. Ähm, ich brauche wieder Belebung. Äh, wo bist du? Oben auf der Plattform. Danke. Oh, ich hab schon wieder deinen Schritt gesehen, du. Und! Da drüben! Wow! Nicht geschafft. Nein! Ach, scheiße. Was ist denn da passiert? Das ist echt geil, dieser Bodenstampfer. Ja. Und... Ich komme runter! Jawoll! Mach dich schon wieder fast tot, ey. Kann doch echt nicht sein. Ja. Okay. Do it like they do it on Discovery Channel. Here we go now. Oh! Oh! Taking over the city from a bunch of assholes who thought they were better than us? Bringing egotistical pricks to their knees and then putting a bullet in their head? Precisely. Dieses Flugzeug da ist da absolute... Ah, ist schon kaputt, okay. Ach so. Und dann werden uns immer unsere Kräfte hier geraubt. Ja, irgendwie schon. Wie viele Sekunden noch? Nicht mehr viele. Oh, geht das Ding? Geht nicht kaputt. Ist recht kaputt. Das Portal ist kaputt. Nein! Wow! Verdammt! Scheiße, das macht keinen Spaß! Ey! Geht das noch besser? Wie könnten wir es denn noch besser verteidigen? Ich hab keine Ahnung. Wieso kann ich denn keinen Sprung machen? So, jetzt hab ich dabei... ...ne Schnauze voll! Schnauze ist voll! Oh, da können wir das Ding reparieren. Ne, ich glaube nicht. Wir müssen hier bloß schnell sein. Ja, keine Ahnung, wie schnell das noch gehen soll hier. Ah, ich schmeiß sie alle runter. Oh! Uah! Er ist schon wieder fast kaputt. Wo bist du? Ich bin oben. Zwischen Monstern. Du hast ne Geisel! Oh, komm! Ja, irgendwie... ...das wittert wieder nix hier. Und... ...weg mit euch! Ich hab' keine... Ich würde auch gerne... Wir haben noch 30 Sekunden, komm! Ja, ich hab' keine Energie mehr. Ich bin tot. Ich bin auch gleich tot. Was war das denn? Ich hab' keine Ahnung. Oh, das ist ein riesen Bitch! Die... Ja... Zwölf Sekunden! Oh, oh! Danke! 23 noch! Holst du mich wieder? Wir haben es geschafft! Belebst du mich eben? Ja, ja, ich war grad in der Luft. Wo bist du? Da! Oh, schon wieder deinen Schritt gesehen. Das wird langsam zur Gewohnheit hier. Ja, ich glaub' auch. Ich glaub' ich brauch' ne neue Grafikkarte nach dem Spiel. Wenigstens gibt's immer ein Checkpoint. Ja. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hier Energie aufgeladen kriege. Also, es liegt nicht an YouTube und es liegt auch nicht an unseren Systemen, sondern das ist so im Spiel. Ja. Oder doch nicht. Jetzt dreht das System hier komplett durch. Ich finde, wir sollten das ganze Spiel in Assi spielen. Oh, das wär' cool. Aber warte noch nicht reingehen da, ja. Ich muss mich erstmal ein bisschen heilen. Wenn du erstmal da hochkommen. Ich glaub' ich nehm' den Trump Tower hier. So. So. Ich bin oben. Gleich. Müssen wir ganz nach oben, ey. Hier auf der Plattform wieder. Komm' wir. Ach, jetzt werden nicht mehr die Kräfte gesaugt. Sterb' ich schon wieder. Okay, verteidigen. Gott dammit. Jetzt nehm' ich die scheiß Waffe hier. Ist mir jetzt sowas von egal. Kommt alle her. Ja. Heilung. Ist ja eigentlich ganz cool, die Waffe. Oh, ich denk' mal, das könnte besser klappen diesmal. Hier los. Oh. Da gab's gerade, glaub' ich, ein Netzwerk. Oh klar. Weg mit euch. so sind die gegner eigentlich jetzt sind sie weg der nächste noch 50 sekunden das könnte sich mal gut klappen ja sieht gut aus ich glaube die wachenwahl ist besser geht da kommt was noch 17 sekunden 16 ja ich glaube das schaffen war ja das ist gut dran das portal 6 5 4 3 2 1 0 begibt sich in sicherheit ok schnell weg hier ja hier drüben rüber war da ist das dosenvieh genau aber auf unserer seite ja daumen hoch entkommen der simulation aber das ist ja in der nähe hier zum glück stell dir vor wir hätten den punkt hier nicht freigeschalten ok 100 meter hier geht alles kaputt gerade ich bin da nein nein schnell rüber schicke es geht es wird kaputt gehen ich weiß es ich ahne es ich habe sie nun aber aber wir müssen danach noch zu einem anderen punkt weißt du das ist unser eigentlicher punkt hier kommt auch scheiße du kennst das spiel schon oder naja ich bin noch zwei lüben ist nun kaum nicht festhängen ohne scheiß jetzt aber übers wasser springen ich fliege übers wasser und ich habe hier was geht denn sich was stimmt hier nicht immer schnell überhaupt nicht scheiße in bluescreen haupt finder aber was spiel fortsetzen lord die simulation ist kaputt total kaputt das war ziemlich cool ich glaube wir haben alles kaputt gemacht hier und auch wenn es jetzt nur so kurz ist geht es zu kurz und wir gehen gleich weiter auf geht's die sterben hier irgendwie schneller als in der simulation kann das sein wie fliegen aber wie fliegen ja gut hier sind ja richtig verletzlich das ist ja ja ein dreinstes durchraschen ja getting here up aber how much are we taking from the armory once we find it whatever we'll get the job done so whatever they labelled key to zyniak's lair that goes without seeing that it'll be that sweetie Matt you're not helping a robot need to be useful a robot can help you in space what you need is a satellite with a giant laser aww actually i was going to say a spacesuit and a really big gun boah das geht ja alles kaputt bei denen oh 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 nee ja verteidige deine begleiter ja okay irgendwo schießt hier was checkpoint ich bin an der linken seite hier rechte seite ist gerade action aua 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 hülse ach nö was denn in der mitte oh Schade, hier können wir auch keine Energie aufnehmen. Wir haben auch keine Superkräfte. Meine ist auch gleich zu Ende. Was ist deine Superkraft? Wir haben eine Energie. Oh ne, die großen kommen jetzt her. Komm. Terminators. Scheiße. Oh oh, oh oh. Och man, die Waffe, die überhitten so stark. Oh, schau ja. Ach komm, Metmela. Ja. Na, Wutter. Los, jetzt komm. Alles klar. Yeah. Geil. 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 Wow. Baueranzug. Das ist immer cool. Ja, was passiert jetzt? Wirklich hier dick drin in dem Anzug. Oh, das ist Content ID. Oh ja. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.